Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Dankeschön. Vielen Dank. Fahrrad auf der right, clear auf der right. Fahrrad auf der right, clear auf der right. Oh, die ersten paar Runden überleben man, ohne Schaden. Oh, die ersten paar Runden überleben. Der hat einen Speed, Alter. Ich spüre die Karre noch nicht. Was ist denn los? So. 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 naja es fehlt an speed ich glaube heck ist einfach viel zu hoch 10 ist glaube ich viel zu hoch müsste ich mal auf acht probieren wick moin Aber So langsam ist die Karre da, wo ich es haben möchte Wie vorhin Ach der Flügel da mit dem Rack 1 und 2 Klicks Was ist dieses Rackplan? Bin ich gerade dumm? Habe ich einen Denkfehler? Oh 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 Was war das denn? Mein Hinterteil Äh wirklich Ich fahre so So wie du es gerade im Stream siehst Genau so fahre ich Alter Schwede Das war ja merkwürdig Ich bin immer konzentriert Auch wenn ich nicht konzentriert bin Fucking Mount Kakorama Alter Aber die ist geil Die Stress ist geil Wenn man die kann ist die geil Die kann Wow Wow Oh Hola Und, Banner? Hahaha. Hier nehme ich auch den zweiten. Okay, that's it. Ich habe keine Ahnung, warum der da jetzt so reagiert. Das ging vorhin doch auch. Wenn ich mal Schaden anschauen. Dankeschön fürs Folgen. Herzlich willkommen. Ja, ich weiß, dass ich gegen die Wand gefahren bin. Hahaha. Ich meine, das Auto hat es gemacht. Ich nicht. Ich wollte was anderes machen. Alles gut, alles gut. Ich muss mal abchecken. Hopp, hopp, hopp. Ja, das ist schon, das ist schon viel. Aber Hauptsache nicht hinten, ne? Vorhin war es schlimmer. Hey. Ist das gerade schwitziger als, ähm, vorhin? Hahaha. Du sollst darauf achten, nicht zu viel, äh, die Wände zu berühren. Sag bloß. Die Wände ziehen mich an. Ich habe einen Fetisch. Lass das. Das ist eklig. Ja, du hast damit angefangen. Alles gut, alles gut, alles gut. Wenn ich einem Arschloch zuhören will, lass ich einen Fall. Ja, ist so. Ist so. Yellow Flag, Yellow Flag. Wir gehen vorbei. Nein. Nein. Wuuu. Ja, es ist so klar. Weißt du was? Wenn die Karre kaputt ist, kann ich die eh besser fahren. Nix langsam, Junge. Was für langsam, Mann. Gas geben hier. Ich hätte weniger Vanity Drinks saufen sollen. Hahaha. Mhhh. Saufen. Und schalten. Ja. Ich berühre nicht mehr die Wand. Keine Berührer mehr. Ja. Aber jetzt mal im Ernst. Guck mal. Wenn du das jetzt vergleichst mit dem ersten Rennen von heute. Ist das nicht schon schlecht, was ich hier fabriziere? Ja, das war unnötig. Ah, guck, so geht's auch. Einfach reingleiten. Man muss nicht immer hart penetrieren. Kannst du auch mal ein bisschen reingleiten lassen. Hahaha. Ich habe es nicht berührt. Habe ich wirklich nicht. Es sah nur so aus. 17. Aber du hast gesagt, unter 20 ist alles okay. Oh, bin ich auch bei 2,5 bin ich jetzt. Ich muss mich ein bisschen lower. Es ist ein langer Fahrrad. Koi, geht's an. Ein Moment. Das ist ein langer Fahrrad. Ich würde mich nichtEns sailing. Dann also schauen. Ich finde mich im Bauch. Ja, ich würde mich wissen. Ein bisschen mehr. Ich würde mich nicht mehr. Ich würde mich nicht mehr. Es ist nicht mehr so aus. mit meinem freund das ist reine gewöhnungssache ich fahre schon immer cockpit also wenn racing game cockpit unterstützt fahre ich immer cockpit und das seit warte wie alt bin ich bin gerade 58 seit ungefähr 40 jahren wow digga das habe ich halt nicht gesehen sorry aber auch nicht drauf geachtet medina tut mir leid ja 24 der hätte doch durchgepasst links er hat dennoch gesehen oder nicht also rechts aber jetzt hat er wahrscheinlich am arsch schaden und ist halt weitaus schlimmer ne da fährt er auch rein guck da denkt er sich nee 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 so nicht da stand einer rechts weg ja ich habe den auch nicht gesehen aber naja shit heavens jetzt komme ich nicht mehr auf tempo hier 13 sekunden p12 ja einfach so halten jetzt ja weißt du was ich meine ich hatte die karte auch anders eingestellt meine ganze settings waren weg ja pc formatiert gab pipapo deshalb auch so lange pause gehabt weil ich einfach fauler mensch bin wenn es um sachen einrichten geht die karte muss ich aber verändern würde ich schön gerne uuuh ha 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 soll ich dir was sagen benne baby don ist jetzt ein jahr und zwei monate also korrigiert ist er erst Ende nächsten monat ein jahr weiß was er macht ich habe meine sachen ja unterm schreibtisch links und rechts pedale lenkrad und ich verstecke die auch immer so ich packe immer so tücher drauf und so der weiß halt wo die sind der läuft dahin schmeißt die tücher weg und dann spielt er am lenkrad rum nein aber sobald er alt genug ist werde ich hier mit ihm gemeinsam auch lkw fahren ja wer wird sein schwarz haben dann schenke ihm nochmal bitte ein spielzeug lenkrad ja werde ich machen das werde ich machen mein altes linkrad schenke ich morgen meinem neffen das g923 ja aber was heißt sim racing so generell das wird halt ein gamer der kann halt gar nicht anders weil mama ist eine gamerin aber ist ein gamer ich bin ja nicht nur der sim racer so ich mache ja jeden möglichen scheiß und 100 pro also der wird schon spaß dran haben ja das sowieso wenn sowas da war nicht erst wenn er 35 ist darf er auch counter-strike spielen nein aber ich freue mich auf die zeit ich freue mich auch vor allem dass ich so mit ihm wieder zurück zu meiner kindheit kann und alles mit ihm gemeinsam nochmal durchleben kann ich freue mich auf die zeit ich meine er hat es ja eilig ne also ich glaube schon dass er Richtung racing gehen wird er ist ja drei monate zu früh auf die welt gekommen das sagt ja schon alles aus und speedy gonzalez media trainieren das ist ja schon kleiner schauspieler er kann gar nicht anders digga so ich bin hauptberuflich schauspieler das wird ein sehr verrücktes kind glaube ich ja hoffentlich kommt er ein bisschen nach seiner mama ich kam zu spät auf die welt vielleicht bremse ich deswegen später als meine konkurrenz ha ha vielleicht ab wann schalten wir eigentlich wäre auch nochmal gut zu wissen man kann ok ja 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 Wenn es blinkt... Warum blinkt denn das? Oh, okay. Ich will die Strecke einmal ohne Schaden durchfahren. So, das ist eigentlich mein Ziel. Also ein Rennen. Ist das so? Hm. Dann müssten wir uns mal informieren. Klingt auf jeden Fall interessant. Klingt auf jeden Fall. Und... Klingt auf jeden Fall. 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 Oh, ich liebe diese Stelle. Oh, ich liebe diese Stelle. Klingt auf jeden Fall. 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 Das geht. Nochmal. Ja. Perfekt, Alter. Perfekt. Perfekt. Ja, jetzt geht das Schalten ohne hingucken zu müssen. Jetzt habe ich einen Indikator schön auf meinem rechten Fuß. Oh, das war zu schnell. Holla, holla, holla. Warum bleibst du da stehen, Junge? Puh. Puh.